Hast du die blaue Seite vom Radiergummi jemals genutzt? Wozu hat er die überhaupt? Bei der roten ist es klar, die entfernt den Bleistift vom Papier. Achtung, Nerdwissen, das geht so. Beim Schreiben entsteht eine Adhäsionskraft, also die Anziehungskraft zwischen verschiedenen Molekülen. Funktioniert quasi wie ein Magnet. Heißt, die Graphitteilchen in der Mine bleiben auf dem Papier haften. Der Radiergummi hat aber eine größere Adhäsionskraft als das Papier. Heißt, beim Radieren lösen sich die Teilchen und bleiben an der roten Seite haften. Bei der blauen Seite ist das aber anders. Die ist härter und rauer, weil sie tatsächlich für Tinte gedacht ist. Weil Tinte aber tiefer ins Papier dringt als Bleistift, wirkt hier nicht die Adhäsionskraft. Beim Rubbeln werden einfach die getränkten Schichten vom Papier abgetragen. Oft endet das dann auch leider mit Löchern im Papier. Aber mal ehrlich,